ja kaum nach lackiert das auto hier und noch täglich im gebrauch aber hat kein haarkennzeichen noch nicht wie alt ist er 38 38 oder kann man das auch ohne weiteres bekommen ja ich habe nur erstmal den tüft drauf gemacht und danach mache ich jetzt das haarkennzeichen drauf ich kam vom timing her noch nicht dazu ja für haarkennzeichen müssen wir noch ein bisschen was am lack machen die haben ja so bestimmte voraussetzungen stimmt ja ja früher hat das alter gereicht in den letzten zehn jahren sind sie ein bisschen schärfer geworden leider wird es ja